Hallo, seien Sie gegrüßt. Lyrik für alle nennt sich meine 200-teilige Sendereihe mit Gedichten vom Barock bis heute. So richtig knallharte, heute meist verschwiegenen Nazi-Lyrik werden Sie jetzt hören. Heinrich Anacker, hochdekoriert und schon sehr früh SA-Mitglied, hat da zwei Monate nach der sogenannten Machtergreifung die Ostern 33 besungen. Hört ihr die Osterglocken, Frohlocken? So haben wir noch zu keiner Frist des Festes Sinn verstanden wie heute. Denn Deutschland selber ist leuchtend auferstanden. Hört ihr die Osterglocken, Frohlocken? Auch Deutschland erlitt sein Golgatha und war ans Kreuz geschlagen. Nun hat das Bittre, das ihm geschah, herrliche Frucht getragen. Hört ihr die Osterglocken, Frohlocken? Auch Deutschlands Grab ist heute leer. Das Volk hat heimgefunden und war der Stein auch noch so schwer. Es hat ihn überwunden. Hört ihr die Osterglocken, Frohlocken? So haben wir noch zu keiner Frist die Botschaft tief verstanden. Denn Deutschland ist, wie der heilige Christ, leuchtend auferstanden. Jaja, Heinrich Anacker ist 1901 geboren und hat bis zu seinem Tod 1971 Rente bezogen. Die Magie der Viererreihe ist auch eines seiner hochgelobten Gedichte. Was gilt dein Glück und meines? Und was gilt unser Leid? Wir kennen nur noch eines, Marsch tritt im Ehrenkleid. Versunken und vergessen ist all, was uns verdross, Wenn sich die Fäuste pressen ums blanke Koppel schloss. Ob morgen wir noch leben? Ob heut der Tod uns bricht? Wir fragen kaum, wir heben den Kopf ins kühle Licht. Das ist die Heereweihe, die unseren Weg verschönt. Magie der Viererreihe, wenn vorn die Trommel dröhnt. Hans Baumann, Jahrgang 1914, Mitglied der Führung der HJ, der Hitlerjugend, hat eines der bekanntesten Nazi-Gedichte geschrieben. Es zittern die morschen Knochen. Es zittern die morschen Knochen der Welt vor dem Roten Krieg. Wir haben den Schrecken gebrochen. Für uns war es ein großer Sieg. Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt. Denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Und liegt vom Kampfe in Trümmern die ganze Welt zuhauf. Das soll uns den Teufel kümmern. Wir bauen sie wieder auf. Und mögen die Alten auch schelten. Wir lassen sie toben und schreien und stemmen sich gegen uns Welten. Wir werden doch Sieger sein. Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt. Denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Hans Baumann ist übrigens hoch dekoriert als bekannter Jugendbuchautor im Westen Deutschlands gestorben. 1956 erhielt er den Friedrich-Gerstecker-Preis, drei Jahre später den Gerhard-Hauptmann-Preis, was natürlich nicht verwunderlich ist, wenn man an die Filbingers, Glopkes, Kiesingers und Lübckes denkt. Heribert Menzel, 1906 geboren in Westpreußen, 1945 gefallen. Für Deutschlands Erwachen durfte ich als SA-Mann kämpfen, hat er gesagt. Und als Schriftsteller bin ich meiner Heimat Meldegänger. Nun, der Meldegänger Menzel, der Westpreußische, schrieb über die braune Kolonne, Da braun an braun Kolonnen ziehen, ihr Marschtritt hämmert sich dir ein. Du weißt, du kannst nicht mehr entfliehen, du wirst doch morgen bei uns sein. Ein Lied erklingt, du summst es mit, wie gerne fielst du jubelnd ein. Du gehst schon nebenher im Schritt, so komm, so komm und reih dich ein. Bist jung wie wir, bist deutsch wie wir, von gleichem Blut und Geist. Die Straße führt zu Hitler hier, der alle mit sich reist. Ja, braun an braun Kolonnen ziehen, ihr Marschtritt hämmert sich schon ein. Es kann nicht einer mehr entfliehen, ganz Deutschland bald zieht hinter drein. Herbert Böhme, selber Jahrgang wie Menzel, 1907 geboren, 1971 gestorben. Dr. Phil und Mitglied der Reichsleitung der NSDAP. Eine Trommel geht in Deutschland um und der sie schlägt, der führt. Und die ihm folgen, folgen stumm. Sie sind von ihm gekürt. Sie schwören ihm den Fahnenschwur, Gefolgschaft und Gericht. Er wirbelt ihre Schicksalsspur mit ehrenem Gesicht. Er schreitet hart der Sonne zu mit angespannter Kraft. Seine Trommel, Deutschland, das bist du. Volk, werde Leidenschaft. Dieses Gedicht hat übrigens Berthold Brecht gekannt und persifliert, als er schrieb. Hinter der Trommel her trotten die Kälber. Das Fell für die Trommel liefern sie selber. Der Metzger ruft, die Augen fest geschlossen. Das Kalb marschiert mit ruhig festem Tritt. Die Kälber, deren Blut im Schlachthof schon geflossen, sie ziehen im Geist in seinen Reihen mit. Die Krönung des Ganzen ist Baldur von Schirach, ebenfalls 1907 geboren, 1974 als gut situierter Rentner gestorben. Reichsjugendführer und Reichsleiter für die Jugenderziehung der NSDAP war er und später Reichsstadthalter und Gauleiter in Wien. Baldur von Schirach war schon als Schüler Mitglied der NS-Bewegung und es hieß damals von seiner Dichtkunst Die spruchähnliche Knappheit der meist nur wenigen Strophen seiner Dichtungen und die schlichte Klarheit seiner einprägsamen Sprache sind Ausdruck einer bei aller Leidenschaft zuchtvollen Haltung, die auf die junge politische Lyrik vielfach vorbildlich wirkt. Volk ans Gewehr! In diesem Kampfe geht es nicht um Kronen und nicht um Geld. Dies ist die Brandung einer neuen Welt, ein heiliger Krieg um Freisein oder Frohnen. Drumher zu uns! Hier stehen wir braunen Horden mit festen Fäusten, schwielen hart und schwer. Wir wollen die Feinde deutscher Freiheit morden. Volk ans Gewehr! Und noch einmal Baldur von Schirach, dem Führer. Das ist die Wahrheit, die mich dir verbannt. Ich suchte dich und fand mein Vaterland. Ich war ein Blatt im unbegrenzten Raum. Nun bist du Heimat mir und bist mein Baum. Wärst du nicht Kraft, die von der Wurzel rinnt, Verginge ich wie weit verweht im Wind. Ich glaub an dich, denn du bist die Nation. Ich glaub an Deutschland, weil du Deutschlands Sohn. Ich glaube, wenn ein Kriminologe nur die Gedichte der letzten vier Sendungen zur Verfügung hätte, um die Zeit zu rekonstruieren, in der sie entstanden sind, ich glaube, er wäre in der Lage, dieses Dritte Reich relativ genau zu beschreiben. Diese Herrschaft des Kleinbürgertums, dieser nützlichen Idioten, gesponsert vom Kapital. Andererseits haben sie gemerkt, die schwere Kunst war den Nazis zu schwer. Da hätten sie zu viel denken müssen, was ihnen zu anstrengend war. Die leichte Kunst stand im Vordergrund. Der Uferfilm, der Schlager. Und so konnten Heinz Rühmann und seine Nazifreunde im Beisein von Josef Goebbels 1944 singen, Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, keine Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht verbittern. Keine Angst, keine Angst, Rosmarie. Und wenn die ganze Erde bebt, die Welt sich aus den Angeln hebt, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Und so weiter und so fort. Bei den nächsten Malen soll von denen die Rede sein, deren Leben die Nazis versuchten zu zerstören. Den verbrannten Dichtern. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, ihr Lutz Görl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017